wahrscheinlich liebt ihr mischpilze so wie ich nichts gegen steinpilze aber eine handvoll leckerer trompeten pfifferlinge lila lacktrechterlinge maronen macht erst die sache rund runterkorb runde sache kommt mit auf tor und hier unter den alten fichten da ja geht was hier kommen wir schon ein bisschen spät erstmal den korb abstellen es wackelt immer ein bisschen die lassen wir da könnte man noch drüber nachdenken solche hier da ist das futter noch hell der pilz ist fest also das ist wirklich noch was das kann man absolut mitnehmen also man muss immer gucken also hier sind sie wirklich noch fast weiß ganz minimal beige die licht das licht von der kamera ist an wir sitzen ja stark im unterholz also das ist ein ordentlicher apparat kann man durchaus noch verwerten das hier ist so abgefressen ja das lassen wir einfach in ruhe das bringt ja nichts mehr aber den großen da den immer noch mit und hier sind die nächsten und die freuen mich genauso also hier sehe ich gerade hier vorne wächst auch einer und da kann man mal sehen die sind jetzt wirklich erst knackig und frisch maronen relativ kleinere aber hier schaut man drei stück auf einen haufen und da wird es doch schön voll im korb und die haben so einen schönen nussigen geschmack immer und nur mag ich sie jetzt auch nicht aber das sind trotzdem fantastische speisepilze der maronen röhrling und da kann man sehen gut dass ich gekommen bin denn da sind noch mehr borschen schaut mal ein steinpilz und beim rumschauen sehe ich doch noch mehr 12 die sehen schon bis angefuttert aus aber noch gut und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an richten stein pilze also hier ganz klassisch unter einer fichte in einem buchenmischwald und ihr seht nummer eins nummer zwei auch schon da also macht richtig spaß die sind noch ganz jung und knackig und die schnecke hier die könnte ich gerade noch mal vertreiben so also den immer mit und wichtig ist halt die stellen immer mal zu kontrollieren ich mag hier die besonders mit dem dicken stielen hier kennt ihr dass man fast rund das ist fast wie eine kugel man dreht sie es knackt das herz hüpft und ihr seht da futtert schon wieder wer mit weg mit der und wenn ich hier schon so hocke schaut mal was da noch alles wächst noch ganz klein und nicht groß hier sind die trompeten pfifferlinge am start massig also wirklichen massen auftreten also hier sind tausende was man hier sieht ich nehme mal so ein bisschen größere schon raus dass man was für unseren mischpilzkorb haben die lamellen gut die lamellen die leisten gut zu sehen ganz wichtig als abgrenzung hier vom gallert köpfchen was magendarm giftig wäre und unten drunter nie diese leisten hat aber sonst sehr ähnlich erscheinen kann zumindest wenn man die noch nicht so richtig lange sammelt sieht man da leisten unten drunter bei diesen gelben stielen und braunen hüten da ist man auf der rechtssicheren seite und nur mal so als eindruck was hier wächst das noch zu klein zum wachsen zum essen das lassen wir einfach noch ein bisschen wachsen aber eine handvoll einfach in den mischpilzkorb das geht schon und jetzt kommt man hier uns ein bisschen um ob es noch mehr steinpilze gibt so dies jahr zur selben zeit steinpilze und maronen und das hier wieder ein maronen röhrling schön zu sehen am braunen stil am gelblichen futter dem generell schmaleren habitus und da hat man wieder was leckeres mehr sehr schön umschauen einfach mal hin hocken und dem pilz rund umblick was man so sieht kennt ihr das wenn man von weiten was entdeckt und dann geht man so drauf zu und hat so seinen spaß dann kommt man näher ihr seht was ich sehe ich sehe jetzt schon zwei davon und dann wird es immer mehr und mehr und immer dicker und immer schöner das sind doch die freuden eines pilz sammlers 12 maronen muss man ein bisschen ausschneiden aber noch ganz passabel maronen röhrlinge lecker und ich habe die beiden noch gar nicht im korb da sehen wir mehr noch einer ja also auch die maronen haben dies jahr einen lauf noch einer und da hinten leuchtet es weiter schauen wir mal ob der auch noch was ist da muss man mal gucken schauen wir uns noch ein bisschen an aber ihr seht so zwischen den fahrenden da tun sie sich tarnen denn die haben eine wunderschöne dunkle farbe und hier ist wieder einer den habe ich noch nicht mal gesehen so der ist aber nun wirklich wahrscheinlich den lassen wir die ist recht groß hier sehen wir wieder zwei nein drei vier fünf und noch viel mehr lila lacktrichterlinge charakteristisch gezahnte lamellen breit stehend die farben sprechen für sich hier diese stile immer irgendwie gewunden wunderschön und auch mal einfach schön nur anzusehen im sauer eingelegten glas ihr findet selbstverständlich diese videos wie immer im kanal so ein blick herrlich der spargelpilz oder natürlich auch schopftindling das sind die ersten die wir hier sehen perfekter zustand ihr könnt da wunderschön sehen auch die schüppchen noch ganz gut zu erahnen und die nehme ich gerne mit also die sind richtig schön butterzart und in der genau richtigen größe also auch die burschen sind da die schopftindlinge und immer wenn es gelb orange leuchtet und grumpelig aussieht seht ihr was geht darauf zu sind in aller regel essbare semmelstöppelpilze und hier ein ganzer hexenring schaut man da geht hier vorne los man sieht so ein bisschen ich zeige es euch gleich näher darüber halb geschlossen und da lassen wir die kleinen wachsen das gucken wir uns dann später an schaut euch das mal an also hier praktisch entlang und da hinten um den baum schon entwickelt also da hinten sind sie auch also hier semmelstöppelpilz des grad wie verrückt die sind groß wie eine 50 cent münze da könnte man ernten ganz ehrlich ich habe schon ganz im korb voller pilze das lassen wir einfach stehen die wachsen relativ langsam und wenn man glück hat und die schnecken waren nicht schneller hat man dann schon fast eine ganze mahlzeit und das ist doch durchaus schon eine ganz schöne menge also die verlocken mich ja erkennt das ja wenn ich mal sag ich auf zu sammeln irgendwie kann man dann doch nicht vorbeigehen aber hier kann man auch wunderschön sehen wie die hier wachsen herrlich oder ein träumchen und es regnet schon sagen schon wieder lass es auch regnen und wieder wunderschöne schaut mal der ist ein bisschen groß den nehmen wir mit lachsreizker wieder am wegrand ganz ganz typisch und da sind noch eine menge mehr und heute ja auf mischpilztour schauen wir mal ja man könnte meinen sowas hier ist ein reizger ist er nicht der hat gelbe milch später grübchen der stiel wenn man ihn anschaut ist auch weder orange ich lasse den drin dass der grubige milchling also ein so mal ohne spezielle zubereitung nicht essbarer pilz man sieht es auch schon an den anderen farben die werden übrigens riesig und das sollte hier auch werden der bleibt stehen ja die halli masch mal sehen wie sie diese fichte erledigt haben einer der größten holzschädlinge im wald die eben mit ganz xeromorphen rhizomen sozusagen selbst über den boden kriechen und unter der rinde entlang und sich da vermehren also ganz typisch und klar und einfach zu erkennen es gibt pilze die sehen den durchaus ähnlich aber hier ist es sehr sehr eindeutig ein halli masch ich bin versucht ihn mitzunehmen ja der hat ein richtig schönes stadium aber wie gesagt die abkochen also das ist mir momentan ein bisschen viel arbeit also ich wäre dann doch erst mal nach großen pilzen ausschau halten aber die halli masch wie gesagt für eine mischpilzpfanne nicht geeignet zum abkochen und dann braten durchaus lecker sonst ist name programm nicht halli masch kommt vom höll im arsch heißt eigentlich nichts weiter wie der name nicht massive probleme durchfälle ja magendarmverdauungsprobleme das ist aber nur so wenn die eben nicht ordentlich abgekocht werden oder manche leute ist doch empfindlich gegen diese pilzart ich nicht die landet sicher im korb aber nicht heute lecker also gut zu finden gut zu erkennen nicht orange pilze orange milchsaft grübchen am stiel lamellen stark milchen bei druck grüne hüte und wenn die dann alt sind werden die innen auch hohe vom stiel her und deswegen ist dieses alter hier perfekt zum essen schneidet ja auch einfach ab der stil ist unten sowieso nicht so die wuchtentüten und die kleinen eignen sich super für die pizza und die treten auch in mengen auf die sind nicht selten und manchmal auch wirklich richtig grün hier ganz gut zu sehen und die nehme ich jetzt hier für pilz kind mit und wenn man ein paar viele finden von den kleinen koche ich vielleicht auch noch mal eine ganze charge ein denn das ist wirklich lecker da geht dieser etwas seltsame geschmack weg den vielleicht nicht jeder mag also ich auch nicht aber dann schmecken die so wie champignons fast süß sauer eingekocht in dieser größe was wirklich leckeres im pilzkorb ihr dürft man alle mit und heute ist ja mischpilztag und das heißt da oben wächst ein häuptling rotbrauner hut nehmen wir den mal raus und da gibt es viele die da in frage kommen so ich kann man jetzt schön putzen auf dem moos das finde ich auch sehr praktisch und der ist natürlich ein milder täubling ich möchte jetzt nicht so sehr kaputt machen der hut löst sich so richtig schön ab die hut haut eine der ledertäublinge das hier ist ein schöner rotbrauner ledertäubling und das ist ein toller nussiger knackiger speisepilz der darf mit es gibt mittlerweile so viele pilze da bräuchte ich gar nicht mehr rumlaufen brauchen wir sie nur noch umdrehen also wir nehmen hier von den langstieligen knoblauch schwindlingen pilzporträt im kanal noch zwei zu würzzwecken mit die kochen wir mit tun sie dann weg oder braten sie mit vielmehr und hier ist der nächste essbare pilz der neben den roten lack trichterlingen der fleischfarbene lack trichterling ist fleischfarbene lack trichterling und hier natürlich der lila lack trichterling alles wunderbare speisepilze weit stehende gezahnte lamellen und die burschen nicht in unmengen aber mal vereinzelt dürfen die mit in den korb ist ein grüner knollenblätterpilz an der schreide unten wie beim bergsteigersöckchen sehr gut ist der essbar nein warum nicht weil es ein giftiger pilz ist ist er so ein bisschen giftig der würde reichen um euch mit dem kleinen finger ins jenseits zu befördern ja da brauchst du nicht viel also so ein pilz in der mahlzeit die sache ist erledigt das ist der grüne knollenblätterpilz habt ihr richtig gesehen das bergsteiger söckchen fasst hier mustergültig man sieht auch die stilzeichnung schön die grünen farben und das ist der giftigste pilz in der tat europas wenn man es realistisch sieht auch der welt und dieser bursche hier der ist auch für 90 prozent aller wirklich gefährlichen pilz vergiftungen verantwortlich und ihr habt es richtig gesehen der ist auch nicht allein also augen auf und vorsicht im wald die knollenblätterpilze bemerkenswerte pilze riesig schon von weiten zu sehen und hier mal eine ganz große gruppe schaut euch das mal an nun als erstes fällt einem auf röhrling ok als nächstes fällt einem auf heller hut fast so grünliche beige töne riesig groß und riesige sammelmengen dort 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 das sind 1 2 3 4 5 6 7 nun wir nehmen mal hier ein bisschen was raus und da kann man schon mal also ein paar merkmale sehen solltet ihr röhrlinge sehen mit so hellen hüten die so beige sind und hier kann man es auch schon ganz gut erkennen mit einer stil zeichnung am netz am stil netz zeichnung am stil schaut ihr da kann man gut sehen ein stil netz rote röhren helle hüte kein gutes zeichen also alle röhrlinge die eben hier ein solches stil netz besitzen rote röhren haben rote röhren haben aber hier kann man das auch ganz gut sehen keine flocken ein stil netz rote röhren oder rötliche röhren unten drunter gelb also rote röhren mündungen und hier überaus gut zu sehen das stil netz mit so hellen hüten das ist definitiv kein essbarer röhrlinge alle röhrlinge mit netz zeichnung mit ausnahme der steinpilzarten sind nicht essbar und giftig da gibt es ganze menge verschiedene es gibt den falschen satans röhrling wurde auch purpurröhrling genannt oder auch satans röhrling und einer der beiden ist das hier die satans röhrlinge die blauen nicht ganz so extrem und das ist ein riesen bursche also der ist wirklich gewaltig groß und da ist noch ein größerer noch einer also ich lasse die jetzt mal hier auch stehen den habe ich rausgenommen das ist ein roh heftig magendarm giftiger pilz und der ist natürlich nicht essbar die satans röhrlinge im generellen blauen nicht so extrem wichtig ist dass man die durchschneit bis zur stil spitze und in der regel sollte man eben sehen dass sie oben etwas blauen sind aber am stil weniger und wenn das ein hexenröhrling wäre würde der wesentlich stärker blauen ich finde der blaut hier noch relativ viel hier sieht man gut auch das gelbe röhrenfutter mit den roten mündungen noch mal gut zu sehen das stilnetz keine flocken satans röhrling oder vielleicht auch der falsche satans röhrling oder auch purpurröhrling genannt und diese burschen sind giftig auf jeden fall habe ich euch da auch mal ein pilzvideo dazu gemacht unter den giftpilzen nicht verwechseln mit den hexenröhrlingen helle hüte immer ein alarmzeichen stilnetz immer ein alarmzeichen außer es ist ein steinpilz und helle hüte stilnetz und rote röhrenmündungen giftpilz und da wächst er wieder der perlpilz ja der große ist wahrscheinlich nichts der kleine daneben interessiert mich solche pilze immer ganz entnehmen das geht hier nicht weil er schon angefuttert ist aber wenn ihr da nicht tausendprozentig sicher seid müsst ihr die knolle mit aus hebeln das ganz klar ein perlpilz wir sehen keine fraßspuren und der darf mit ins körbchen und ihr seht das ist eine schöne bunte mischung ja die burschen haben hier wirklich ihren lauf also hier ist der nächste perlpilz hier ist der nächste und das sind so richtig butterzarte sehr angenehm schmeckende pilze und wenn die noch nahezu oder wie hier hoffentlich unformatet sind ihr seht da ist sogar noch die hülle geschlossen die lamellen nicht zu sehen da dringen die maten von unten gerade ein da nehme ich die gerne mit ihr müsst natürlich wissen knollenblätterpilz ich habe euch vorhin den grünen knollenblätterpilz ja gezeigt da muss man schon wissen was man macht hier noch mal gut zu sehen die geriefte immer geriefte manschette nebst den rottönen so die knolle unten abschneiden und wenn dann noch keine maten zu sehen sind dann ist das was fürs körbchen so das reicht uns jetzt auch also eine schöne pilzmahlzeit toller mischpilzkorb ich denke so kann es bleiben gibt es pilze im hauswald die frage kann man einfach beantworten ja gibt es massig pilze es gibt ordentlich pilze man muss ein bisschen laufen ich bin sieben kilometer gelaufen zwei stunden so ein korb und das ist ja nicht schlecht also ich habe nicht jeden baum umgedreht und jeden grashalm da kann man schon gut zugreifen fichtenreizger steinpilze trompetenpfifferlinge aber eben auch lärchenröhrlinge und maronen kein problem im landkreis lörrach geht raus habt spaß pilzfreunde und begleitet uns dann zeige ich euch ein bisschen wo und wie sehr gerne auf über und jetzt im da die da